Musik Herzlich willkommen wieder bei groovy.tv, unserem Hype-Kino-Kanal. Und wir sind in der Folge zwei unserer Skype-Interviews. Und der Marcel, obwohl er nun wirklich auf dieser Seite der Erde ist, ist doch ein paar Stündchen von uns entfernt, je nachdem wie die Verkehrssituation ist bei dir hinter Köln, gell? Ja, und das kann schon mal länger dauern, als nach New York zu fliegen. Ja, das stimmt. Wie das die gerade aufreißen. Ja, das stimmt auch. Genau, und die Brücke ist auch gesperrt. Über die darf ich nämlich gar nicht mehr, über die Leverkusener Brücke. Genau. So ist das. Ja, schrecklich. Wer uns noch nicht kennt oder dich noch nicht kennt, du hast jetzt mit uns schon so das eine oder andere nette Video gemacht. Wir haben uns eigentlich zuletzt immer persönlich auf zuletzt der schwarzen Couch getroffen. Jetzt haben wir uns kurzfristig mal eben per Skype verabredet, weil du hast in diesen ersten vier Monaten schon einiges erlebt in der Branche. Und da fallen dann so die Stichworte wie HDR, Ultra-D, 4K, Dolby Vision und so weiter. Aber erstmal soll man mal kurz nochmal dich vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Was hast du im Hintergrund für eine Firma? Etc. Ja, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, vielleicht ein kleines Update. Also meine Wenigkeit, der Marcel. Ich habe eine Firma, die heißt WLC Enterprises. Wir sind in vielen verschiedenen Bereichen tätig. Wir produzieren eigene Medieninhalte innerhalb einer Mediengruppe, 4K-Inhalte. Wir haben Linkin Park live in 4K gemacht, zum Beispiel vor zwei Jahren, 2013. Die erste Live-Ausstrahlung eigentlich eines Rock-Konzerts. Das war sehr aufregend. Wir sind im Sportbereich unterwegs. Wir planen Sachen mit Bundesliga und Fußball. Haben mit Borussia Mönchengladbach einen Dolby Atmos-Kinofilm ins Kino gebracht. Letztes Jahr zum Beispiel sind also wirklich nicht nur im Bereich Bild, auch im Bereich Ton unterwegs. Haben sehr viele Freunde, die sehr gute Spezialisten sind. Dann habe ich jetzt seit 1. Mai die Vertretung für SpectraCal übernommen. Die Firma, die quasi die Calman Software vertreibt und produziert. SpectraCal wurde aufgekauft von einer anderen Firma, die heißt Portrait Displays. Und wird aber jetzt so als Marke weitergeführt, Calman auch. Und ich werde also den technischen Support, den Marketing- und Sales-Support in Europa und im mittleren Osten, EMEA, wie man so schön auf neudeutsch sagt, auch übernehmen. Ja, und das ist das, was ich aktuell alles mache. Zusätzlich komme ich aus dem Bereich Videoconsulting. Wir haben also viele TV-Hersteller in der Vergangenheit beraten. Patrick und ich, wir haben auch viel schon darüber gesprochen, was wir so von allen Markenherstellern, die wir so schon mal zwischen hatten, um wirklich den Look des Bildes so zu optimieren mit dem Hersteller zusammen, dass ihr als Zuschauer zu Hause das Material wirklich so sehen könnt, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Jetzt kann ich ja wunderbar die Brücke einbauen in den guten alten SDR-Tagen. Mann, war das schön und einfach. Ja, es gab ein gelbes Cinch-Kabel oder einen Skat-Stecker. Ja, genau. Und das war es dann auch. Genau, es war so einfach. Und jetzt all dieser neue Kram. Ja, und da sitzen wir wieder. Genau. So, du warst vor zwei Wochen, warst du in Las Vegas mal wieder. Hast es mal wieder richtig krachen lassen. Aber du hast auch nebenbei... In Vegas bleibt, ne? Ja, du hast aber auch nebenbei gearbeitet. Ein bisschen, ja. Was war denn da? Ja, wir haben... Ja, jedes Jahr im April ist dort die NAB. Das ist also die National Associations of Broadcasters. So heißt also die Vereinigung, eine offizielle Vereinigung, die also quasi sowas wie in Europa die EBU ist. Die Broadcast-Vereinigung in Europa gibt es da in Amerika. Die haben jedes Jahr ihre große Messe. Und das ist so die mitgrößte Messe eigentlich für Produktionstechnik, für Kinotechnik, Filmtechnik. Dort treffen sich die ganzen Hersteller. Es gibt in den Hallen alles vieles Neues zu sehen im Bereich Produktionstechnologie. Aber es gibt auch sehr viele Panels, sehr viele auf der Bühne Gespräche zwischen Moderatoren und Künstlern. Wir haben Ang Lee live gesehen. Da kann man vielleicht gleich noch was zu sagen, der seine neuen Projekte vorgestellt hat. Wir haben wahnsinnig viele Künstler gesehen, die, ob das jetzt Disney ist, ob das Lukas-Film ist mit dem Erwachen der Macht. Wir haben Red-Deadpool-Leute gesehen, die an den Filmen gearbeitet haben. Also alle die Leute, die aktuell sehr viel in den Bereichen machen, was auch mit HDR viel zu tun hat, da kommen wir bestimmt noch zu, haben wir also dort auch gesehen. Und das heißt, es ist eine super Möglichkeit zu lernen, zu netzwerken und auch einfach die neuesten Trends zu sehen, wohin die Reise eigentlich geht, auch im Bereich Standardisierung. Was war das beherrschende Thema, welches uns wohl auch betrifft? Lass mal überlegen. Was könnte das wohl gerade sein? Ich würde sagen, HDR. Nein. Und HDR, genau. HDR und natürlich Ultra-HD. Diese Kombination, wobei man auch dazu sagen muss, es gibt immer noch viele Leute, die sagen ja, das eine oder das andere. Es gibt ein sehr schönes Panel mit Michael Sioni. Das ist der Gründer von Light Iron. Das ist eine Post-Production-Firma, die in New York sitzt. Der hat das sehr schön umschrieben. Der hat gesagt, in den 60ern, da war es so, da hat man gesagt, wenn du ein Auto hast, brauchst du einen Anschnallgurt, dann bist du sicher. Dann irgendwann in den 90ern, da kam dann irgendwie das Thema Airbag auf. Da hat man gesagt, ja, dann brauchst du ein Airbag, dann bist du sicher. Und dann irgendwann jetzt 2000, da gab es dann das automatisierte Bremsen und die Abstandsmessung. Da hat man gesagt, wenn du das hast, dann bist du sicher. Niemand würde heute sagen, du brauchst nur das eine oder das andere. Und ich fand diese Analogie sehr schön. So ist das in UHD eigentlich auch. Wir haben also verschiedene Zutaten. Da ist HDR 1, wir haben die höhere Auflösung, das ist 2. Wir haben die höhere Framerate, was wir mit Anglees Projekt vielleicht noch ansprechen können. Das habe ich als Drittes. Und erst, wenn ich hingehe und das koche, und der Koch, der dahinter sitzt, der entscheidet eigentlich, was ich sinnvollerweise damit anzufangen habe. Und das ist eigentlich, so sollte man es, denke ich, sehen. Okay, welche Reaktionen gab es denn generell? Wie ist man zufrieden mit dem, wie es momentan läuft? Hat man sich die Filme mal angeschaut? Du weißt, wir haben ja einiges hier an Diskussionen in den letzten Wochen gehabt, dass so die ersten Ergebnisse etwas ernüchternd waren. Jetzt wird noch fleißig dran geschraubt, heißt es, seitens der Hersteller wird noch ein bisschen an das Software geschraubt. Wir haben ja auch schon versucht zu erklären, woran liegt denn wohl anscheinend im Moment der erste Eindruck, dass teilweise Bilder zu dunkel sind, teilweise die Farben nicht so richtig rüberkommen, etc. Was meinst du dazu? Ja, also ich denke mal, rein von der, also HDR ist da und es wird bleiben. Ich glaube, das war auch wieder auf der NAB ein ziemlich klarer Ansatz. Wir haben zwei verschiedene Welten, wenn es um HDR geht. Das eine ist der Bereich, die Engländer nennen das Pre-Recorded Media, also alles, was irgendwo aufgenommen wurde, dann über einen Post-Production-Workflow bearbeitet wird und dann für irgendein Lieferformat, ein Deliverable, wie man das nennt, ob das jetzt für Over-the-Top ist, OTT, Amazon Prime, Netflix, direkt über IP oder ob das hinterher auf eine Ultra-HD-Bluray geht oder ob das hinterher über irgendein anderes Medium, USB-Stick, Festplatte, ist ein Bereich. Den kann ich kontrolliert als Ökosystem sehr, sehr scharf kontrollieren. Der andere Bereich HDR, und das ist momentan der, wo, glaube ich, noch am meisten noch diskutiert wird, ist der Bereich Live. Weil Live in der Live-Umgebung einfach ganz andere Voraussetzungen alleine schon schafft an Künstler, an Crew, an Umgebungsbedingungen, die für HDR andere Voraussetzungen schaffen, als jetzt zum Beispiel für eine szenische Darstellung, bei einer Kinoproduktion. Und das heißt, wir haben also zwei verschiedene HDR-Welten, die aber irgendwo mit den Standards übereinkommen müssen, damit die Geräte, die dann der Kunde zu Hause hat, dann dem Kunde auch egal sein kann. Habe ich jetzt, gucke ich mir jetzt eine UHD-Bluray an mit HDR oder schaue ich mir jetzt hinterher in Zukunft vielleicht ein Fußballspiel an, wo die Kameras direkt in einem HDR-Mode filmen, das Signal über einen Ü-Wagen reinkommt, direkt über Satellit und so weiter, wie man eine Übertragung halt macht. Nur der Unterschied ist, dass auf einmal keine Blende mehr nötig ist. Ja, es wird nicht mehr, ihr kennt das alle, wenn ihr Fußball guckt, sonniger Tag, Sonne geht gerade unter, es gibt einen Schattenbereich im Stadion, auf dem Spielfeld, es gibt einen Lichtbereich. Sobald der mit der Kamera schwenkt, braucht die erstmal zwei Sekunden, das ist einfach so. Und ich denke, Mann, nervt das. Zum Beispiel solche Dinge wären alle weg. Wäre alles nicht mehr nötig. Also es ist Wahnsinn. Und da haben wir auch viele Demos gesehen auf der NLB, von der BBC, von Dolby, von NHK, alle, die quasi in dem Bereich live HDR auch arbeiten. Das wird alles kommen. Nur live ist schwieriger in der Umsetzung als tatsächlich szenische Darstellung. Offen gesagt, habe ich noch gar nicht gedacht, dass wir schon über live reden. Ich war letzte Woche ja in Berlin bei der deutschen TV-Plattform. Da hieß es auch, es wird noch viel, viel, ich sage mal, Wasser den Rhein runterlaufen, bis das wirklich mal für uns ersichtlich sichtbar wäre. Reden wir nochmal über das Thema Streaming und auch die Ultra-D-Blu-Ray. Du hast ja unter anderem mit Leuten geredet, die jetzt nur wirklich tagträglich damit zu tun haben, indem die Filme jetzt bearbeiten. Ich sage mal auch das Stichwort 20 Minuten, was du mir da mal erzählt hast. Was gibt es da eigentlich zu beachten? Was machen die da gerade im Moment in Hollywood, wenn die jetzt mit diesen Filmen da loslegen müssen, um da jetzt die neuen Scheiben zu veröffentlichen? Gut, also ich denke, also das war, das was du angesprochen hattest mit den zu dunkel. Es war ja wirklich, also am Anfang habe ich ja gedacht, Shitstorm ist vielleicht die richtige Bezeichnung, was hier gerade so abgeht. Die Erwartungshaltung, denke ich, die die Industrie geschürt hatte, vor allem die TV-Herstellerindustrie, da muss man die auch mal in Regress nehmen irgendwo, ist hingegangen und hat gesagt, wir machen hier richtig auf HDR, hell und heller und am hellsten. Und man ist dann hingegangen und hat mit Begriffen um sich geworfen, 500 Nitz, 1000 Nitz, 10.000 Nitz, also für die, die nicht wissen, Nitz, Nitz kommt aus dem Lateinischen, Nitere heißt eigentlich, erleuchten, beleuchten, Licht leuchten. Und Nitz ist eigentlich nichts anderes als Candela pro Quadratmeter, geht aber leichter über die Lippen, deswegen nennen wir es jetzt alle Nitz. Aber es war halt hell, heller am hellsten. Und ich glaube, dass da einfach auch eine gewisse Erwartungshaltung da war, die aber in der realen Produktion gar nicht so ist. Denn wenn wir uns anschauen, was in der Produktion passiert, in der Post-Production habe ich eine Grading Suite, wie sich das nennt, also ein Bereich, in dem Farbkorrektur gemacht wird, der Colorist sitzt also vor einem Referenzdisplay. Dieses Referenzdisplay kann man sich also nicht vorstellen wie einen einfachen Fernseher, sondern das ist auch gleichzeitig ein Messinstrument, wo derjenige, der damit arbeitet, ein 500 Millionen Dollar Produkt realisiert. Und da ist es so, dass da auch noch vielleicht der Kameramann der Erste, der DP dabei sitzt, wenn der Colorist dort dran arbeitet, am Bild mit dem Regisseur zusammen und der sagt, jetzt habe ich aber in der Szene hätte ich das gern so und so. Und damit man weiß, wie es wirklich aussieht, braucht man also ein Referenzdisplay. Und diese Umgebung ist sehr dunkel, immer noch, auch bei HDR-Produktion. Das heißt, selbst bei einer Produktion, wo wir mit deutlich helleren Spitzenlichtern arbeiten können, weil HDR-Displays momentan auch in der Produktion maximal so um die 1000 Nits wiedergeben können. Das heißt, ich vermute, weiß nicht, wo du das Gespräch hinführen willst, auch wenn wir anfangen zu erklären, was die neuen Standards sind, warum da auch so noch höhere Zahlen grassieren, da können wir ja noch drauf kommen, aber bleiben wir mal dabei. So ein Monitor, der macht 1000 Candela, heller können die nicht. Auch technisch bedingt können die das nicht. Und die können auch nur so hell in einem sehr, sehr kleinen Feld eigentlich ihrer gesamten Bildschirmfläche. Also wenn das jetzt hier mein Bildschirm ist, der hat dann 100% an Fläche. Wenn ich das reduziere auf, ich sage mal so, drei bis zehn Prozent, in so einem Bereich geht der auf 1000 Nits. Das heißt, es wäre gar nicht möglich, das hochzufahren und hier 1000 Nits zu fahren. By the way, ich möchte auch gar nicht unbedingt immer 1000 Nits voll in die Fresse kriegen. Das ist ungefähr so wie 3D früher, immer schön Cookie 3D, immer in die Fresse. Das hat auch nicht funktioniert. Nach drei Wochen will das keiner mehr sehen. Deswegen sind die also auch hingegangen und graden auch noch, immer noch sehr konservativ. Das heißt, die Idee ist, bei HDR nicht von ausschließlich helleren Bildern zu sprechen, sondern von realistischeren Bildern. Der Roman Vleikou hat das sehr schön auch erklärt bei euch in einem Interview. Genau, der Roland im Dolby-Interview. Kann ich sehr empfehlen, habe ich mir gestern angeguckt. Also von der kreativen Seite sehr wichtig, sich das mal anzuschauen. Und das heißt, HDR bietet mir einfach viel mehr Möglichkeiten, auch im Bereich Farbe. Das ist viel wichtiger, weil durch mehr Helligkeit habe ich auch mehr Farbsättigung, die ich wirklich auf dem Bildschirm darstellen kann. Deswegen spricht man eigentlich auch eher von Farbvolumen, Colorvolumen, als nur von Helligkeit bei HDR per se. Das heißt, das eine hat einen sofortigen Einfluss auf das andere. Ein helleres Bild oder hellere Spitzen bieten mir die Möglichkeit, viel höhere Farbsättigungen darzustellen, als das jemals früher möglich war, unabhängig mal davon, dass die neuen Panel-Technologien auch viel gesättigtere Farben darstellen können. Aber meine Palette, mit der ich jetzt arbeiten kann, gehen wir mal wieder zum Coloristen, ist jetzt so, früher musste er mit Wasserfarben malen, jetzt kann er mit Öl malen. Und das bedeutet auch, wenn er jetzt auf einmal mit Öl malt, vielleicht braucht er auch ein paar Anläufe, bis das so fluppt, wie er das mit Wasserfarben gewöhnt war. Das heißt, auch die Bildsprache, die jetzt jemand hat, mit seinem Regisseur zusammen hinzugehen und zu sagen, wie können wir denn das jetzt nutzen, um eine Geschichte noch kreativer zu erzählen, ist also auch eine Grammatik, die vielleicht erst noch mal neu definiert werden muss, die neu erlernt werden muss, wie Inside Out zum Beispiel, der neue Disney-Film. Da gab es also auch ein schönes Panel auf der NAB mit dem Direktor von Pixar, Nadame, und auch den entsprechenden Coloristen. Die haben Szenen gemacht, alles, was innerhalb des Kopfes ist, ist zum Beispiel bei 60 Nits, das ist dann Kino, sehr, sehr hell fürs Kino. Außerhalb ist dann zum Beispiel viel heller. Als das Kind geboren wird, hat man einmal das Bild richtig hell gemacht, so wie man vielleicht das erste Mal auf die Welt kommt und die Augen öffnet, wenn man aus dem geborgenen Muttermund rauskommt, wo es dunkel war aus dem Bauch. Das heißt, die Geschichte ist anders erzählt, alleine schon mit Farbe und mit Kontrasten. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass in der Color Grading Suite die Faustformel immer war, dass der APL, der Average Picture Level, also der durchschnittliche Bildpegel, ist 10% von 100 Nits. Das war damals bei SDR Zeiten. Das heißt, wenn ich 100 Nits hatte als Peak White, als maximales Weiß, in SDR Tagen, normales HD, war 100 Nits, das maximale Weiß, da wurde drauf gegradet eigentlich, war 10% davon der APL, also 10 Nits, so im Schnitt. Das hat sich für HDR nicht sonderlich geändert. Das klingt total verrückt. Ich habe gedacht, Moment, selbst ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Und wenn man drüber nachdenkt, eigentlich doch, weil alles, was damit zusammenhängt in der Umgebung, in der gearbeitet wird, ist es einfach unter Optimalbedingungen für das maximale Entertainment. Das heißt jetzt nicht, und jetzt komme ich wieder zum Thema aktuelle oder neue Filme, die jetzt rausgekommen sind, das heißt jetzt nicht, dass ich mich daran halten muss. Der Künstler entscheidet am Ende, wie hoch der APL ist. Der könnte es richtig hell machen, wie eure Demovideos von LG, was du erzählt hast. Warum nicht? Voll drauf. Zack, kein Problem. Nur die Frage ist, will ich das wirklich abends, sind wir mal realistisch dann, gehen wir wieder zurück, wenn ich dann davor sitze, immer so hell sehen. Also wir haben uns mit Coloristen auch unterhalten, die haben gesagt, die müssen alle 20, 30 Minuten eine Pause machen, wenn die arbeiten. Da sind die 20 Minuten. Ich habe gedacht, wann sagt der endlich die 20 Minuten? Ja, das waren die 20 Minuten. Da waren sie. Ich wollte es jetzt nicht, um auf die 20 Minuten zu kommen. Ich wollte sagen, du brauchst jetzt keinen Monolog von 20 Minuten. Also, die gehen da echt raus. Ich mache das jetzt wie Peter Lustig und jetzt einfach abschalten. Nein, aber die müssen da echt raus. Genau, die müssen einfach raus. Bei 3D war das teilweise auch so. Also 3D war auch schon eine große Herausforderung, im 3D zu graden teilweise. Aber in dem Fall ist es wirklich, sie machen Pausen, mehr Pausen als sonst, weil je nachdem, welcher Film das ist, je nachdem, welche Bildsprache, auch wenn höhere Pegel wirklich gefahren werden permanent, dann ist es einfach ein Teil dessen, dass man einfach, das ist ermüdend. Das empfehlen wir auch eigentlich, hinter das Display ein sogenanntes Bias Light zu packen. Wenn also jemand die Möglichkeit hat, etwas hinter das Bild zu packen, ein LCD-Disk... Hinter den Fernseher meinst du? Ja, genau. Was kommt jetzt? Kommt jetzt hier Philips Lumilight oder wie heißt das nochmal da? Dieses Ambilight. Ambilight. Ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen, genau. Aber sowas, grundsätzlich die Idee von Ambilight war natürlich auch Effekt. Aber es ist entspannteres Fernsehen, weil ich quasi, wenn ich ein helles Bild habe in einem dunklen Raum und ich gucke permanent auf ein helles Bild, ist meine Iris muss ich permanent anpassen. Dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell. Das ist ein absoluter sportlicher Job für die Iris und ist sehr ermüdend. Packe ich aber hinter das Display ein Licht, was ungefähr 10% der Helligkeit entspricht, was das maximale Weiß ist, was das Display kann, habe ich immer eine Grundhelligkeit hinter dem Display und dadurch ein entspannteres Gucken. Viele Post-Production-Häuser haben im Grading-Raum tatsächlich dahinter ein D65-Licht quasi. Also wir sollten vielleicht mal kurz den Begriff Grading erläutern. Grading heißt also, der Film wird eben farblich, kontrasttechnisch wirklich noch bearbeitet. Man kann also da die grüne Wiese noch grüner machen oder wenn sie gelb sein soll, dann wird sie eben auch gelb gemacht. Heute wird eigentlich jeder Film farbtechnisch bearbeitet. Absolut. Und am Ende des Tages ist das genau das. Ich habe also eine Palette an Farben. Der Farbraum, der momentan eingesetzt wird in der Post-Production ist P3. P3 als Farbraum kommt ursprünglich aus dem Bereich Digital Cinema. Kino. Genau, aus dem Kino. Digitales. Genau. Und wurde damals gewählt, um möglichst analogen Filme so zu repräsentieren in einer digitalen Domäne. Da ist man also bei P3 hängen geblieben. Jetzt war es aber so, dass P3 immer noch auf den Möglichkeiten der Xenon-Lichtmittel basiert. Heute ist es so, dass wir mit Barco, Christy und wie die anderen Hersteller heißen Laserprojektion haben. Und diese Laserprojektion ermöglicht uns also auch HDR im Kino. Ob Dolby Cinema oder IMAX Laser zum Beispiel. Womit ich also Möglichkeiten habe, ganz andere Farbräume, nämlich zum Beispiel den besagten BT 2020. Also woher kommt die Zahl? Auch so immer diese komischen Bezeichnungen. BT steht eigentlich, die Zahlen der Farbräume oder dieser Standards werden häufig abgekürzt anhand der tatsächlichen Papiere, wie sie definiert werden. Das heißt, es gibt eine Arbeitsgruppe, die stellt das zusammen, dann wird der Standard definiert und der landet dann in einem Dokument. Und dieses Dokument hat einen Namen. In diesem Falle hat das Dokument tatsächlich den Namen ITU für die internationale Telekommunikationsvereinigung. R heißt dann für Radiotelekommunikation und BT steht dann für Broadcast Television. Und 2020 ist dann die Nummer dieses einen Dokuments, was zum Beispiel den Farbraum für Ultra HD TV beschreibt. Daher kommen wir diese komischen Nummern und Zahlen. Also es hat nichts mit dem Jahr 2020, dass man bis zu dem Zeitpunkt fertig sein möchte mit den Diskussionen und den ganzen... Ja, das ist wahrscheinlich in diesem Fall keine Zufall, wenn auf einmal zwischen dem letzten Dokument von 1400 und auf einmal 2020 da steht. Und da merkt man den Einfluss von NHK, also dem offiziellen Roadcaster. Den Japanern. Ja, genau. Die haben das ganze Thema nämlich gepusht und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal BT 2020 und haben sich dann überlegt, hey, super, mega fetter Farbraum und so. Aber es gibt so gesehen noch bis auf Laserprojektion keine Technologie, sonst displayseitig, die BT 2020 wirklich 100% abdecken kann. Es gibt Quantum Dot Technologie, 3M und andere Firmen nutzen das Forschende daran. Es gibt ohne jetzt... Ja, alles, was Quantum Dot basiert ist, macht sehr große Farbräume, aber auch die kommen immer noch nicht an das Proposal von BT 2020 dran. Gut, okay. Deswegen P3. Deswegen P3 und der Grading Monitor, also der Referenzmonitor, da gibt es ein X300 zum Beispiel von Sony oder es gibt die einzigen Displays, die heller sind als die klassischen OLEDs sonst von anderen professionellen Displayherstellern. Lass mich raten. Das Dolby. Ja, hatten wir erwähnt. Bis zu 4000 Nits. Genau, bis zu 4000 Nits. Und das ist dann... Nicht bezahlbar. Genau. Denke ich mal. Da gibt es auch nur ein paar von und die sind auch wassergekühlt und so, also auch nichts für den normalen Verbraucher. Genau, die sind auch wieder schon so tief, Sinti. So, so, so. Also von Flach ist da auch nichts mehr. Nee, von Flach ist da auch nichts mehr. Warum wir gerade über Dolby Vision sprechen, gefällt es dir? Sag jetzt nichts Falsches. Roland, guck zu. Also ich persönlich halte es für die absolut sinnvollste und beste Lösung. Das sage ich jetzt nicht, weil... Warte mal, kurz mein Geldhaufen hier von Dolby. Nein. Das sage ich wirklich aus Überzeugung, weil wir haben vieles gesehen und wenn man sich die Konfusion anschaut, die auf dem Markt herrscht. Das Problem ist ja, wir haben also einen Standard wie HDR, der erstmal grundsätzlich auf einer anderen, neuen Helligkeitsdarsch, also einer Transferfunktion beruht, als wir die bisher hatten. Früher haben wir immer über Gamma gesprochen, richtig? Bei Gamma ist eine Power-Funktion, das heißt, ich habe also quasi eine relative Kurve, die heller dargestellt werden kann, die dunkler dargestellt werden kann, je nachdem, was das Display an Ladeoutput liefern kann. Am Ende des Tages ist es aber immer die gleiche Gamma-Korrektur und die ist eigentlich ursprünglich an einem Röhrenmonitor irgendwann mal definiert worden. Die ist mal irgendwann für ein 8-Bit-System definiert worden. Die ist irgendwann mal mit maximal 100 Nits war das, was ein Röhrenfernseher konnte, deswegen war also das gesamte selbst HDTV, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen bei unserem letzten Gespräch, war ursprünglich alles basiert auf den Limitationen der Röhrentechnik. Selbst HD heute. Selbst das, was auf einer Blu-Ray ist. Das heißt, das gesamte System ist eigentlich ja obsolet, muss man wirklich sagen. Veraltet. Veraltet, genau. Bei den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und es ist so, dass gerade diese Gamma-Kurve, Gamma 2.4 ist übrigens der Standard für die, die immer noch mein 2.2 wäre, ist am Ende des Tages auch sehr verschwenderisch mit den Bits umgegangen. Selbst wenn ich nur 8 Bit hatte. Das heißt, ich hatte also quasi im helleren Bereich eine Riesenverschwendung von Bits, wo ich gar nicht so viele brauche, um die noch unterschiedlich, also man nennt es ein JND, Just Noticeable Difference, das war auch das, was Roland sehr schön in seiner Präsentation hatte, Roland Leiku von Dolby, also so ein JND, die gerade noch unterscheidbaren Unterschiede zwischen zwei Graustufen, die wollen wir eigentlich nicht mehr sehen, dass wir also kein Banding oder keine Struktur mehr in einer Grautreppe haben. Und es ist so, dass je heller das Bild wird, desto unempfindlicher werden wir eigentlich, diese Abstufungen zu sehen. Je dunkler das Bild aber wird, desto feiner wird unser, weil wir nonlinear so gesehen, das haben, wird unser Auge quasi plötzlich diese Treppen sehen, diese Stufen. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Bits unten, die wir brauchen für den dunkleren Bereich und weniger Bits oben für den hellen. Und genau das ist, weshalb dieses neue PQ-EOTF entwickelt wurde. PQ steht also für Picture Quantized und hat quasi die Bits neu allokiert. Das heißt, ich habe also für die dunkleren Bereiche habe ich mehr Bits zur Verfügung als für die hellen Bereiche, obwohl ich bis 10.000 Nits ist die Kurve quasi definiert. Das heißt, ich kann also sehr, sehr hell gehen, brauche aber wenig Bits, weil da sehe ich sowieso die maximal unterschiedlichen Stufen nicht mehr. Unten, wo es kritischer wird, da habe ich mehr Bits, um einfach entsprechend viel sauberer zu arbeiten. Kann ich aber wiederum auch am besten nur sehen, wenn der Raum natürlich dann entsprechend abgedunkelt ist, gell? Was heißt also, die dunklere, bessere Durchzeichnung wird bei Tageslicht natürlich nicht mehr ganz so optimal darstellbar sein? Natürlich, klar. Also das ist auf jeden Fall so. Das heißt, wenn ich hingehe und habe mehr Stufen im dunklen Bereich und mehr Durchzeichnung im dunklen Bereich, muss ich natürlich für eine Umgebungssituation sorgen, dass mir jetzt nicht die gesamte Zeit wirklich ein sehr, sehr helles Licht als Gegenlicht vor allem ist, weil dann hat das Auge wieder gleiche Situation, wie ich bin im dunklen Raum mit einem sehr hellen Bild. Das heißt, es passt sich permanent an und ich habe dann gar nicht mehr die Durchzeichnung, die eigentlich wirklich bildsichtbar wäre. Absolut, ja. Gut, okay. Ich würde sagen, wir haben das Thema mit Bildqualität, die da heißt, HDR oder Dolby Vision, das haben wir doch, glaube ich, ganz gut besprochen. Lassen wir uns mal überraschen, was in den nächsten Wochen und Monaten da noch an Material kommt. Dolby Vision ist ja gerade jetzt erst dabei, überhaupt Filme damit zu produzieren, weil jetzt erst die Software wohl fertig geworden ist. Also zum Weihnachtsgeschäft sollte noch ein bisschen was passieren. Du hast vorhin über die sogenannte Framerate gesprochen und wer ist der? Aign Lee heißt der. Aign Lee, genau. Aign Lee, ne? Das ist ein Regisseur, ein nicht unbekannter von Filmen, wie die da heißen. Life of Pi zum Beispiel. Ach, der ist ja nicht ganz unbekannt, ja. Ne, Schiffbruch mit Tiger, glaube ich, heißt der auf Deutsch. Dann haben wir, ach, was hat er noch? Ich hatte mal was rausgesucht, habe ich alles jetzt gerade nicht im Kopf, aber das war der letzte. Ja, und der hat jetzt da was präsentiert, wo ich weiß, dass die Szene sehr, sehr euphorisch reagiert hat auf das, was er präsentiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn willst, in absehbarer Zeit nirgendwo zu sehen bekommen wahrscheinlich, ne? Erzähl kurz. Ja, also ursprünglich, also das gesamte Projekt von Aign Lee ist quasi der Film, das neue Projekt, der Film heißt Billy Lynn's Long Halftime Walk, um das mal auf Deutsch zu übersetzen. Billy ist also der Junge, der Mann, Billy Lynn, so heißt der, Billy Vorname, Lynn Nachname. Langer Halbzeitgang. Warum Halbzeitgang? Es geht also quasi um eine Szene, die unter anderem dann in einem großen Stadion spielt, in der Halbzeit eines Footballspiels. Mehr darf ich nicht verraten, weil Aign Lee uns gebeten hat, auch keine Story zu spoilen, aber das, was wir gesehen haben, ist sehr interessant, weil es ist prinzipiell ein Kriegsfilm. Es geht also um einen jungen G.I., der quasi Dienst geleistet hat in Irak oder ich glaube Afghanistan und diese gesamte Geschichte ist eigentlich eine Geschichte eines zerrissenen jungen Mannes, der quasi beide Welten erlebt, den Luxus des Westens, aber auch die krasse Realität quasi des mittleren Ostens im Krisengebiet. Mehr dazu erstmal nicht, weil dann wollen wir ins Kino rennen. Viel wichtiger eigentlich ist die Tatsache, dass er das erste Mal mit seinem Team ganz neue Technik eingesetzt hat, um zu filmen, nämlich er ist hingegangen und hat in nativem 4K gedreht, in 3D, das heißt also mal zwei. Nochmal, das heißt, das ist ja eine Frage, die immer sehr gerne kommt. Sorry, dass ich unterbreche. Also 4K 3D, wirklich die 4K-Auflösung und das Ganze in 3D, was wir zur Zeit sonst nicht hinbekommen. Also auf Blu-ray kriegen wir es nicht. Ach so, auf 3D Blu-ray kriegen wir es nicht und Kino läuft es auch nicht bei den 4K-Biemann. Das hat er jetzt gemacht. Genau, 4K 3D ist also sowieso für das Heimkino sowieso kein Thema, für das Digitalkino schon, aber jetzt ist er noch hingegangen und ist hingegangen und hat gesagt, so jetzt machen wir das aber mit 120 Bildern pro Sekunde, also 120 Frames pro Auge. Das heißt also, früher war es so, dass man 3D normalerweise mit 60 Bildern maximal gedreht hat. Der Hobbit ist mit 48 Bildern pro Sekunde gedreht worden. Das heißt, der geht einfach mal hin und verdoppelt dreifach das ganze Thema. Und das heißt, ich habe so gesehen, 240 Bilder pro Sekunde in 4K. Und das ist schon eine ziemlich große, gigantische Datenmenge, die dann dort zustande kommt, die überhaupt auch erstmal in der Post-Production gehandelt werden muss. Das Besondere war, er ist hingegangen und hat Auszüge seines Films, also noch nicht fertiges Material, aber schon angefangen zu bearbeiten, gezeigt in einem Screeningroom. Der war extra aufgebaut, eine große 9 oder 10 Meter breite Leinwand war das, mit einem Prototypenprojektor von Christie. Das waren zwei Laserprojektoren, die quasi dann sowohl für das linke als für das rechte Auge jeweils ein Bild projizieren. Mit der Infitech-Lösung, das ist also Dolby 3D quasi. Und dann aber mit einer Heiligkeit auf der Leinwand durch die 3D-Brille gesehen von knapp 90 Nits, also fast 100 Candela. Das fehlt der, ne? Ja. Und dann gab es halt auch sehr, sehr dramatische Szenen, die dann quasi sich dort in Afghanistan abgespielt haben, in der Kampfsituation. Und das war so ein Moment, auch so ein Augenöffner im wahrsten Sinne des Wortes, weil 3D kennt man normalerweise halt nur sehr dunkel. Da ist man also meistens bei 60% Lichtverlust, wenn man im Kino ist, durch die Brille alleine. Sag mal kurz, Candela, wie viel hätten wir so momentan nach heutigem Kenntnisstand ungefähr im Kinobereich? Das muss ich überlegen. Das ist normalerweise, im 2D sollte man eigentlich 48 Candela haben. Da sind wir ja nochmal deutlich drunter bei 3D. Wenn man dann ein Drittel hätte, dann wäre man da bei 13. Ja, 15. 13, 15, wenn es hochkommt. 15, glaube ich so. Das ist so, da kann man froh sein, wenn man das hat. Die Laserprojektoren bieten einfach mittlerweile viel mehr Licht. Ich habe jetzt in Köln in Zinedom das erste Mal, muss ich sagen, in Kino 4, da sage ich Hut ab an die Kollegen in Köln, das war super. Die haben offensichtlich jetzt einen Barco-Laser, wusste ich gar nichts von. Die haben das ganze Kino umgebaut. Aber keine Becherhalter in den Sesseln. Nee, genau. Das ist wie so, ja, genau. Die Bierflasche stand dazwischen. Die muss immer am Boden hinstellen. Bis jetzt hier irgendwie im alten D-Zug. Aber am Ende war die Präsentation beachtlich, weil wir haben 3D gesehen, Captain America, Civil War. Und da hat man das gesehen. Im Publikum war es eigentlich wahrscheinlich gar nicht bewusst. Gar nicht mehr zu kommen. Es war einfach gut. Und er ist dann hingegangen mit den beiden zusammen, mit den beiden Lasern, die auch jetzt 120 Frames können müssen. Das ist auch gar kein DCP-Standard bisher, weil 120 Frames wird auch nicht im Kino gemacht. Ist einfach dann weit over the top, aber bietet jetzt den Künstlern auch die Möglichkeit, eigentlich jedes Format daraus zu entwickeln, weil 120 ist quasi ein gemeinsames Vielfaches aus 24, aus 60, 48. Das heißt, ich kann eigentlich entscheiden hinterher, was soll das Zielformat sein und kann sogar die Frames, kann aus dem, nehmen wir mal Frame A und Frame B, kann ich theoretisch ein A1 und ein A2 berechnen. Das heißt, ich kann hingehen und kann einen ganz neuen Look generieren. Selbst wenn ich nur 60 Bilder mache, der aber dann vielleicht einem Look ähnlich ist wie 120, aber er spielt dann auf Projektoren, die noch nicht solche Technologien nutzen können. Wobei es halt auch noch nicht standardisiert ist. Aber das war, zeigt in welche Richtung technologisch auch mit Sicherheit Kino sich noch entwickeln wird. Weil das ist auch klar, jetzt wo wir HDR fürs Heimkino bekommen und fürs Display zu Hause und wenn sich das Ganze mal eingespielt hat, dann wird das doch schon nochmal dramatischer sein und dass dann die Kunden ins Kino gehen und haben etwas, was nicht so knallt oder nicht so schön aussieht wie das, was man zu Hause hat unter Umständen, ist genau wieder die Situation, die das Kino in die Gefahr bringt wie schon vor 60, 70 Jahren, weshalb es irgendwann mal Whitescreen gab. Ja, richtig. Darf ich mal eben fragen, ich kenne ja Leute, die sagten, selbst diese High Frame Rate beim Hobbit wird der eine oder andere kennen. Da gab es also diese 48 Hertz, also 48 Bilder mehr oder weniger, hat ja manche schon als etwas unangenehm empfunden, weil das so unheimlich klar war in der Bewegungsdarstellung. Wenn ich da jetzt 120 höre, das muss doch super fotorealistisch real sein, dass du wirklich den Kopf eingezogen hast, wenn die da anscheinend in Afghanistan dann da mal in den Hinterhalt geraten sind, oder? Ja, exakt. Das ist ja wie ein Bühnenbild dann wahrscheinlich schon bald gewesen, wie Theater, oder? Ja, ja. Es gibt auch eine Szene, da erschrickt man und zuckt zusammen und das ist kein Horrorfilm. Und das heißt, also am Ende des Tages ist es wirklich so, man fühlt sich wie so ein Embedded Journalist, den CNN irgendwann mal da definiert hat. Hängt vom Film ab, ne? Kann ja auch anders aussehen. Genau, hängt vom Film ab. Und es ist am Ende, und das ist ja das, was wir immer auch in den Diskussionen über High Frame Rate hatten, es ist am Ende ein Tool, ein Werkzeug in der Werkzeugkiste des Filmemachers. Er entscheidet am Ende, wie er den Look seines Bildes eigentlich definieren möchte und kann natürlich dann nur die Tools benutzen, die auch dann standardisiert sind fürs Kino. Aber diese Palette bietet ihm halt eine Menge Spielraum und er kann sagen, ich mache es so oder ich mache es halt so. Okay, also halten wir mal fest, das ist wirklich so eine Art Prototypenprojekt, man will mal demonstrieren, wie weit man heute schon ist, das kann aber noch ein paar Jährchen dauern, bis es wirklich mal, und dann ist auch noch die Frage, ob es wirklich umgesetzt wird davon, ne? Okay. Wobei man dafür, muss man dazu sagen, eigentlich davon ausgehen kann, einfach aus dem Grund, weil wenn ich, man muss immer noch den Unterschied sehen zwischen statischer Auflösung und Bewegtbildauflösung. Das heißt, unser Auge reagiert auf Schärfe anders als bei Bewegung. Das heißt, ein Standbild, die sogenannte, wenn wir uns überlegen, wie heißt das, Englisch ist die Spatial Resolution, das ist die örtliche Auflösung, die örtliche Schärfe eines Bildes, sehe ich dann immer sehr scharf, wenn sich das Bild nicht bewegt. Sobald aber anfängt, das Bild oder das Objekt sich zu bewegen und die Kamera dem Objekt zu folgen, verliere ich eigentlich die Vorteile von 4K. Und ich kann diese Vorteile von 4K nur dann wieder zurückholen, indem ich eigentlich hingehe und die Bildwiederholrate erhöhe. Also mehr Bilder pro Sekunde aufnehme. Absolut. Deswegen 60 Bilder pro Sekunde bei 4K eigentlich erst der Anfang. Wir gehen davon aus, dass 120 Bilder auch ein Broadcast-Standard werden wird. Früher oder später. Aber auch das wird noch ein paar Tage dauern. Dann muss ich aber trotzdem mal eben fragen, warum hat denn kein Regisseur, nachdem der Hobbit alle drei Teile mit 48 Bildern gedreht gedreht worden ist. Warum ist denn eigentlich keiner gefolgt? Es ist bis heute das einzige Projekt im Kinobereich, das mit 48 Bildern gedreht worden ist. Was war der Grund dafür? Der Einzige, der es jetzt machen wird, ist James Cameron. Der war überlegen mit 72 und macht aber jetzt auch 48 seine nächsten 4, 5, 6, 7 Avatare, die da noch kommen werden. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wie gesagt, es war die Entscheidung von Peter Jackson, das so zu machen, als Regisseur. Studio One hat gesagt, wir finden die Idee gut, wir unterstützen das, weil sie auch gleichzeitig dann ein Aufrüsten der Kinos ihrer eigenen Projekte oder der, ich sag mal, der Projektoren und der Kinos, die sie beliefern als Vertrieb, dann auch wissen, dass das zukunftssicherer ist als das, was Digital Cinema bis dahin geboten hatte. Also man hatte eigentlich viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Einzige, was halt ein bisschen dagegen gesprochen hat, war am Ende die eigentliche Resonanz des Publikums, weil es einfach wirklich zerrissen war. Die einen fanden es sehr gut, die anderen fanden es halt extrem schlecht. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, genau. Weil sie einfach es nicht gewöhnt sind, weil 24 Bilder pro Sekunde hat einfach einen ganz bestimmten Look. Der Look ist da, weil es halt nur 24 Bilder sind. Das hat halt auch einen Grund. Und es ist diese Art, sich, glaube ich, entführen zu lassen in eine andere Welt, ist das, womit wir aufgewachsen sind. Vielleicht noch du, ich, aber dann gibt es noch ein paar Kids. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, genau. Wir haben gerade noch die Kurve. Fand ich nicht. Aber dann haben wir die Kids. Und die Kids, die haben alle ihre neuen LCD-Displays, ihre Super-High-Res-Teile, die alle irgendwie frame-interpolieren und machen und tun. Und da ist alles flüssig auf den iPads, Pits, Pats, Puts auch. Das heißt, wir haben auch mit einer neuen Generation von Jugendlichen zu tun, die jetzt in die Kinos rennen. Die denken sich wahrscheinlich, wenn der Peter Jackson das nicht gemacht hätte, was ist das für ein Scheiß? Ja, das habe ich mir auch schon gehört. Irgendwann werden unsere Kinder sagen, was habt ihr eigentlich für eine schlechte Qualität zu Hause gehabt? So ist das. Das könnte ich mir vorstellen, ja? Konntet ihr euch das nur antun? Ja, genau. Gebe ich denen ja auch bedingt recht. Ja, und ich denke mal, das ist ein schönes Buch und ich muss da mal, jetzt blendest du gleich am besten mal einen Link ein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er heißt. Den suche ich noch raus. Da geht es also quasi um ein Buch. Das geht genau über diese Hollywood-Dramatik. Es gibt die sogenannten Preservationists auf Englisch, also die alles erhalten wollen. Auf Teufel komm raus. Es muss so bleiben, wie es immer war. Und dann gibt es die sogenannten Amerikaner, nennen das den Sideline-Sitter, der an der Nebenlinie sitzt, an den Seiten aus, der sich das alles anguckt und schaut, in welche Richtung bewegt sich das Spiel denn jetzt? Für welche Seite soll ich mich entscheiden? Und dann gibt es halt die progressiven Leute, wie in Spielberg, wie in James Cameron, wie in George Lucas, die Dinge verändern wollen und sagen, wir gehen einen neuen Weg. Und das ist der Grund, warum es irgendwann Digital Cinema gab. Das ist der Grund, warum es HDR gibt. Das ist der Grund, warum und so weiter. Also so muss man sich das sehen. Da gibt es ein sehr schönes Buch drum und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich für das Thema ein bisschen interessiert. Dann haben wir jetzt den Link eingeblendet, wo man sich das dann anschauen kann. Okay. Lass uns noch einen Punkt nochmal eben abschließen zum Thema Bild und Auflösung sagen. Letzte Woche in Berlin bei der Fernsehung, wo ich war, haben die doch tatsächlich über 8K gesprochen. So, also 8K heißt jetzt konkret, wir haben jetzt nochmal eine höhere Auflösung mit 8000 Pixeln und zwar sind die Japaner auch da wiederum ziemlich weit vorne, nämlich NHK hat das Ganze wohl jetzt fertiggestellt von der Kamera bis zur Wiedergabemöglichkeit und es wird wohl auch ein paar EM-Spiele geben, die in 8K produziert werden und davon soll man wohl noch ein bisschen was in 4K hier sehen. Wie weit siehst du 8K wirklich als, ja, ich sag mal, als eine Variante, die jetzt hier in Europa auch noch kommen wird? Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass 4K ein, ich will nicht sagen, einfach nur ein Zwischenschritt sein wird, weil dafür ist es viel zu groß, das Thema dafür ist es auch viel zu umfangreich, dass es jetzt einfach nur irgendwie mal kurz abgefrischert wird und dann geht es weiter. Ich glaube schon, alleine wie du schon sagst im Bereich Broadcast, wenn die sagen, ja, wir müssen aber mal gucken, ja, mal gucken, wo es da hingeht und so, dann denen jetzt mit 8K zu kommen, dann die steinigen einen schon, allein wenn man das Wort 8K in den Mund nimmt, gerade die Broadcaster. Deswegen wäre ich da jetzt sehr vorsichtig. Dass 8K kommen wird, glaube ich, ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und das hat schon viele Gründe. Es wird, denke ich, einerseits auch sehr stark wieder Kamera getrieben werden. Wir haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren einen unglaublichen Sprung gemacht in der Gesamtqualität der, wir nennen es Akquise, Bildakquise, in der Akquisition, weil die Kameratechnologie so explodiert ist, weil so wahnsinnig viel möglich war, weil die Sensortechnik, die CMOS-Technik, die CCD-Technik, alles so schnell, rapide verbessert wurde, dass eigentlich auf der Aufnahmeseite schon unglaublich viel eingefangen werden konnte, was eigentlich in der Postbredaktion noch gar nicht bearbeitet wird. Da war der Flaschenhals. Genau, da war der Flaschenhals. Beschweige denn, der Flaschenhals dann ein minderwertigeres, noch viel kleineres Signal, was dann da hieß, HD mit SDR nach Hause zu schicken, was da alles weggeschmissen wurde an Farben und an Bits sondern Möglichkeiten, damit es dann am Ende durch den Flaschenhals passt. Deswegen, wenn wir über 8K reden, die Kameras sind da, die Sensoren sind da. Selbst jetzt Red hat eine neue Kamera vorgeschrieben und uns ja auch noch kurz darüber unterhalten. Die Weapon ist eine Kamera, die als 8K-Kamera quasi ausgezeichnet wird. Zumindest reden alle darüber. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich dann nativ 8K ist, was hinten rauskommt oder ob es ein Sensor ist, wie bei einer F65, die so gesehen eigentlich einen 8K CMOS hat, aber nach dem De-Biring, so nennt sich das, also das Pattern, was eigentlich aufgenommen wird auf dem CMOS, auf dem Sensor, hat also quasi eine Spaktur von zwei Grün, einem Roten, einem Blauen. Pixel. Genau, quasi, ja, Pixel, wenn man ihn jetzt mal so nennen sollte. Sensor, lichtempfindliche Zelle. Und die wird dann hinterher, wenn ich die alle nehme, dann habe ich eigentlich so eine Art 4-2-2-Farbsystem in dieser Kamera. Und am Ende wird daraus ein RGB-Signal, die sogenannten Triplets, also die Werte für R, G und B berechnet. Und daraus kommt dann ein echtes natives 4K-Bild, bei einer F65 zum Beispiel. Und da ist halt immer die, genau, bei Sony, ARRI hat auch eine große, eine Alexa 65 vorgestellt, letztes Jahr schon auf der NRB. Also die Reise geht da hin. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit. Lütro hat jetzt eine Lichtfeldkamera vorgestellt, die hat 75 Megapixel. Und ich habe leider, diese Session, habe ich leider verpasst, ausgerechnet die, weil Lütro Kameras für die, die es vielleicht nicht wissen, eine Lichtfeldaufnahme ist. Ich kann also quasi, nehme einfach etwas auf. Wie in der Realität habe ich quasi das Objekt dann eingefangen, aber ich habe verschiedene Winkel von Lichtstrahlen direkt mit eingefangen, dass ich also hingehen kann und kann im Nachhinein in der Postproduktion zum Beispiel bestimmen, wo ich den Fokus setze. Ach, die Fokus. Ah, die Geschichte. Wo ich den Fokus setze. Ah, okay. Alles klar. Hatte ich schon gehört. Genau. Und das ist gigantisch. Und das war bisher nur für normale Fotografie. Jetzt haben sie tatsächlich die erste Filmkamera vorgestellt und es muss wohl ziemlich gigantischer Wahnsinn sein, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Also wir sind schon auf dem Weg dahin, aber auf der anderen Seite denke ich, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir HDR in den Griff kriegen und zwar so, dass jeder happy ist. Wir müssen, und da rede ich nicht über das Bild allein, sondern alleine schon über die Tatsache, ich will zwei Geräte miteinander kombinieren, einen UHD-Player mit einem UHD-Fernseher. Wie kriege ich denn jetzt da bitte HDR raus und die macht ihr dann bitte, was ich will und wie geht das auch, dass Frau Müller klarkommt und nicht unbedingt jetzt nur so Nerds wie wir, die eh kein Leben haben. Komm, wir machen das hier tagsüber. Wir machen das nicht um Mittag nach gratis Interview. Ja, das ist wohl wahr. Okay. Aber das ist genau das Problem. Das heißt, ich war auf der NLB auch auf so ein paar Partys, da haben Leute gefeiert, HDR, endlich alles da und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt schalt doch mal in HDR. Das läuft nicht. Genau, du brauchst das nicht erzählen, wo es war, aber du hast doch bei einer Veranstaltung noch teilgenommen, wo die das mit HDR-Monitor hatten und hast du, nachdem die alle weg waren, festgestellt, da lief gar kein HDR. Mir kam es schon die ganze Zeit komisch vor. Irgendwie ist das alles, irgendwie alles eigentümlich und dann waren noch ein paar andere Journalisten da aus UK, aus London und dann haben wir mal so ein paar Einstellungen überprüft und dann haben wir das auch hinbekommen. Aber das Brutalste war, dass das, was man am Fernseher und am Player einstellen musste als Setting überhaupt keinen Sinn gemacht hat von der Terminologie, von der Bezeichnung in den Menüs, um überhaupt das zu bekommen. Das heißt, also ganz ehrlich, jeder Mensch, jeder Mensch, egal wann der geboren wäre, in welchem Jahrhundert, er wäre da völlig überfordert gewesen und kein Wunder, dass die da auch das nicht geschafft haben. Aber naja. Aber wir sagen auch keine Namen. Wir sagen keine Namen, aber es zeigt, dass selbst Jungs, die dann jeden Tag eigentlich damit arbeiten sollen und ihre Schwierigkeiten haben und wenn wir schon unsere Schwierigkeiten haben oder die, was ist denn dann mit dem normalen Kunden daheim? Der braucht Leute wie euch über das überhaupt alles einzustellen, komplett mittlerweile. Wenn die Hersteller nicht die Hausaufgaben machen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich würde mich schämen. Ja, gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Da könnte ich das auch noch auslegen, aber da hatte ich so viel Speicher, habe ich auf meinem Rechner hier nicht, um das alles aufzuzeichnen. Ich mache das manchmal so. Mach du das mal. So ist das. Okay. Haben wir das Thema Bild weitgehend abgehandelt, würde ich sagen, ne? Ich denke, ja. Also ich meine, HDR, da ist natürlich, ich sage mal, bei HDR gibt es halt verschiedene Standards und vielleicht für den einen oder anderen, der sich fragt, was ist das denn jetzt, was Dolby Vision ist? Wie gesagt, schaut euch das Video mit Roland Leiku an, das ist super. Besser kann es keiner machen als Roland. Die anderen Standards sind HDR10, auch da wird natürlich darauf eingegangen, was die Unterschiede sind zwischen HDR10 und auch Dolby Vision zum Beispiel. Dann gibt es noch einen Standard, der diskutiert wird, das ist HLG, das steht also für Hybrid Log Gamma. Was ist das denn jetzt schon wieder? Genau. Was ist das denn jetzt schon wieder? Man muss sich vorstellen, man muss sich einen kurzen Schluck trinken, verzeihen. Hybrid Log Gamma ist quasi, wie der Name schon sagt, eine Hybridlösung zwischen einem im unteren Bereich, im unteren Graduierungsbereich, im unteren Helligkeitsbereich bei den Abstufungen fungiert diese Helligkeit, diese EOTF. EOTF steht übrigens immer für Elektro-Optische Transferfunktion. Das bedeutet also, ein Signal geht rein, ein elektrisches Signal und das Signal definiert, was für eine Helligkeit dann das Bild oder der Pixel tatsächlich zu haben hat oder zu sein hat. Das heißt also, die Elektro-Optische Transferfunktion. Und diese EOTF kann HDR10, das ist PQ, HDR10 basiert also auf der PQ-EOTF für HDR und Dolby Vision auch. HLG ist quasi eine Version, die untenrum immer noch wie ein normales Gamma fungiert und obenrum, da wo es in die Spitzenlichter geht, in die Helligkeit, eher wie eine PQ-EOTF. Und der Grund dafür ist, dass sich zum Beispiel die BBC in England und NHK sehr stark dafür machen ist, weil das wäre ein System, was zum Beispiel ohne Metadaten auskäme, weil die Broadcaster Metadaten in der Übertragung ungefähr so scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Und das Problem aber in dieser gesamten Diskussion ist, sobald ich aber nicht mehr mit Metadaten arbeite, habe ich das Problem, dass ich, wenn ich abwärtskompatibel arbeiten will, was schicke ich denn jetzt für einen Farbraum? Das heißt, ich limitiere mich irgendwo auf bestimmte Möglichkeiten. Das heißt, ich sage, ich mache jetzt HRG, aber mit einem ReX709 normalen HD-Raum oder ich mache P3 oder ich mache vielleicht BT2020, keine Ahnung. aber es ist halt genauso dieses Thema, dass also bei Metadaten kann ich viel mehr machen und die Frage ist vielleicht eher nicht, dass man sie macht oder nicht, sondern die Frage ist, wo werden sie denn am Ende eingefügt in der Übertragungskette, dass tatsächlich nichts verloren geht. Und das sind genau das, was ich meine mit den Diskussionen im Broadcast-Bereich. Die spielen ein ganz anderes Spiel da als jetzt zum Beispiel im Bereich Ultra-HD-Blu-Ray oder Over-The-Top. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wirklich nur noch einer zuschaut. Das haben wir immer. Das waren jetzt drei Sätze, wo du dir langsam überlegst, Hoppela, in welcher Welt. Aber okay, ich habe es verstanden. Du hast doch ganz bestimmt ganz viele Charts, die wir dann da so einblenden können. Dein persönliches Videotagebuch werde ich auch gerne verlinken. Achso, ja. Das musste ich leider wieder runternehmen, weil die NAB hat sich bei mir gemeldet, das hat sich offensichtlich so schnell rumgesprochen, dass das Video überall geklickt wurde, weil man durfte eigentlich gar nicht die Session mit Ang Lee aufzeichnen, wusste ich aber nicht. Aber die war schön, die war sehr lang, die war sehr ausführlich. Ja, das ist ja das, die NAB sich auch so gefreut hat und bei mir gemeldet hat mit einer E-Mail und ich habe mich dann mit denen unterhalten und habe gesagt, ja, pass mal auf, war ja keine Absicht, Freunde und die haben auch gesagt, hey, ist cool und super geil, aber leider haben wir da Verträge und jetzt ist es so, kann ich auch verstehen, ich habe dann irgendwo ein Bild oder ein Schild gesehen und auch kein Slide, der vorher gesagt hat, lass die Kamera aus, lass die Kamera aus, dafür gibt es ja dann auch Rechtsanwälte, die einem dann sowas mitteilen, im Nachhinein wahrscheinlich, aber die waren sehr locker und man ist noch dabei zu klären, ob ich nicht vielleicht da noch was davon verwenden darf, muss man mal schauen. Aber der Anflug, der Anflug auf Las Vegas, der war wunderschön. Der war cool, ja. Ich kann das natürlich alles neu schneiden, nur dann ist es nur noch halb so kurz, das ist halt dann irgendwie auch schade, mal neu, müssen wir mal schauen. Lass uns noch mal kurz über Ton reden. Mit Ton hast du ja auch ein bisschen was an den Ohren, oder auch mit zu tun. Was war so das Thema hier, gibt es das Thema Ton, 3D-Sound, war das ein Thema auf der NAB? Ja. Weil ich weiß, dass es ja auch, den Ton wird ja auch diskutiert im Broadcast-Bereich, dass wir wirklich mal 3D-Sound auch wirklich mal live bei Fußball und Co. wieder mal erleben oder eben natürlich mal einen Kinofilm. Gerne? Absolut. Also wenn das Thema aufkam, dann war eigentlich fast immer von Dolby Atmos die Rede. Das muss man mal einfach erst mal so generell sehen. Da kann ich dir mal wieder um andere Sachen auch erzählen. Ja, ja. Das hat nichts mit Amerika zu tun. Das ist dann China, Asien. Ja, ja. Liegt aber vor allem natürlich auch sehr stark an der, ich sag mal, reinen Kino- und Cinema-Abteilung, die quasi dort in der Produktionstechnik sehr viel mit Dolby macht. DTS mit DTS-X ist ja da auch sehr schwer am Aufholen und am Aufarbeiten. Und da gab es auch eigene Sessions. Dadurch, dass ich dieses Jahr das erste Mal auch mit SpectraCal und für Calman mit unterwegs war, war ich also sehr viel am Stand und hatte nicht mehr die Zeit, auch noch wirklich jedes Panel mitzunehmen, was jetzt dort war. Aber es ist natürlich vollkommen richtig. Objektbasiertes Audio, egal jetzt in welcher Art und Weise, ist natürlich ein Riesenthema. Soll auch für live kommen, wird auch für live kommen, auch gar keine Frage. Und ist mit Sicherheit auch das nächste große Erlebnis und macht auch absolut Sinn, in die Richtung aufzurüsten, auch für die, die ihre Heimkinos optimieren wollen, weil wird mehr und mehr Content auch damit erscheinen. Komm, lass uns nochmal SpectraCal ein neuer Job da erzählen. Das heißt, ich kriege von dir jetzt oder ich kann über deine Partnerhändler, wir sind ja auch einer, der mit dem Exploitation Equipment arbeitet, Raphael macht ja die Kalibrierung hier, mein Mitarbeiter, der Dennis, der ist ISF-zertifiziert und der darf hier die Fernseher entsprechend einstellen. Also ihr habt jetzt alle die Software, Hardware ja sowieso, aber die Software so modifiziert, dass ich jetzt die neuen Anforderungen, wie da heißen, HDR und Co., alles mit berücksichtigen kann. Wir haben das ja mit Dolby Vision da in einem Interview auch gesagt, die schicken ja sogar Daten zu den jeweiligen Fernsehmodellen, sodass ich das genau einstellen kann. Genau. Also es ist so, man muss sich Kalman eigentlich wie so ein Schweizer Messer vorstellen, das unglaublich viel kann. Deswegen gibt es auch verschiedene Versionen. Es gibt eine Studioversion, die ist speziell für professionelle Studioanwender, wo wir zum Beispiel Post-Production-Monitore direkt kalibrieren, wo wir zum Beispiel auch den Laptop direkt mit einem Monitor verbinden und ein Lookup-Table, also sogenannte vorgeschriebene, sogenannte Color-Volume tatsächlich im Monitor selber beschreiben können. Das heißt, da braucht gar nicht groß, das wird alles automatisiert eingemessen. Ich brauche gar nicht mehr die Fernbedienung in die Hand nehmen, bis hin zu einer ganz normalen Home-Version, wo ich wirklich ein Display einmesse, ob das jetzt ISF, ob das TRX oder wie das alles heißt ist, oder ganz einfaches Display, wo ein paar erweiterte Einstellungen sind, Advanced-Settings, wo ich eine Grautreppe vielleicht nicht nur mit zwei Punkten Gain und Offset einstellen kann, sondern vielleicht eine 10-Punkt oder 11-Punkt oder 20-Punkt. Gibt es ja LGs, Samsung, die haben alle teilweise mittlerweile viele Punkte, wo ich die Grautreppe noch optimieren kann. Wenn ich sowas habe und das optimieren möchte, dann brauche ich halt ein Tool wie Carmel und eine Sensorik, die das quasi misst und dann das Feedback sendet an den Laptop. Testbilder müsste ich natürlich auch mit dann einspielen. Das Einfachste ist, ich nehme eine DVD oder eine Blu-Ray, hängt natürlich davon ab, was ich kalibrieren möchte. Ich ein PAL-Display, PAL-Bild, also von dem Farbraum PAL, dann nehme ich eine DVD, weil die anders enkodiert ist als HD. HD hat ein anderes YCBCR, ist leicht anders enkodiert. Muss ich dann eine Blu-Ray nehmen mit entsprechenden Testbildern, aber da kann ich dann auch ein Workflow, habe ich verschiedene Workflows in der Calman Software, die mich quasi durchführt oder euch als Händler dann, oder wenn ihr den Service beim Kunden macht, einfach durchführt. Das muss ich als nächstes machen, das muss ich als nächstes machen. Also relativ einfach runtergebrochen. Ich kriege ein Pre-Calibration Report, das heißt, wie war das Gerät, bevor ich es eingestellt habe. Dann kann ich auch hinterher, wenn ich es eingestellt habe, kriege ich ein Post-Calibration Report, kann es dann auch vergleichen, kann auch dem Kunden zeigen, guck mal hier, das ist das, was wirklich optimiert wurde. Und natürlich war jetzt die neue Herausforderung, wie du schon sagst, das Thema HDR. Dadurch, es gibt nicht nur einen HDR-Standard, wir haben also HDR10 und wir haben Dolby Vision und wir haben HLG, deswegen habe ich hier auch drei nochmal erwähnt. Dafür gibt es jetzt Workflows, die in Calman 5.7 wird diese Version sein, die also demnächst released werden wird. Die wird dann unterstützt. Was ich natürlich dann auch brauche, wenn ich HDR-Messungen tatsächlich mache, ist möglich, ist auch ein Sensor, der auch wirklich so hell messen kann. Es gibt also, bei Calman gibt es solche so Home- und Home-Expert, Home-Enthusiast-Pakete, da sind dann häufig Sensoren bei, die jetzt nicht so präzise sind und vor allem auch nicht unbedingt garantiert in die Helligkeiten gehen können über 1000 Nits, die ich aber eigentlich brauche, um mir meine, wir haben es früher als Gamma-Korrektur genannt, aber meine EOTF-Korrektur nach HDR-Norm auch wirklich hinzubekommen. Und diese neuen Sensoren, dieser C6, den wir da haben, da gibt es also ein zertifiziertes Modell, das ist intern bei SpectraCal getestet. Das geht wirklich bis zu 1300 Nits und den kann man, das ist ein sehr kosten, ich sage mal, günstiger Sensor im Vergleich zu dem, was man sonst an Sensorik bezahlt. Damit kann ich zum Beispiel HDR-Kalibrierung auch schon machen. Was ist denn kostengünstig? Ein Euro pro Nits oder zwei Euro pro Nits oder was hast du? So ungefähr hin, ja. Der liegt so bei 700 Dollar ungefähr. Ich hätte nicht mehr gerechnet. Weißt du, die können ja nicht 1000 Nits, da bist du ja bei 700 ungefähr. Ja, ja, ja. Normalerweise, der nächste Schritt wäre dann 7000. Nee, lass mal. Ja, eben. So, und da ist es so, aber viel kritischer und das ist eigentlich momentan so ein bisschen das Hauptproblem, ist immer noch, wenn wir Testbilder ins Display einspielen wollen, nehmen wir mal ein klassisches HDR-Display, egal, Samsung, LG, völlig egal, die HDR10 unterstützen, dann ist das Problem, ich muss den Monitor ja irgendwie dazu bringen, dass der in den HDR-Modus schaltet. Und das bedeutet, der erwartet eigentlich einen Infoframe, der quasi über HDMI mit rüberkommt. Und ihm sagt, du bist jetzt HDR. Jetzt schalt mal bitte von Gamma auf PQ. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, man muss sich da ein bisschen behelfen und da gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es so eine kleine Box, die war jetzt auch häufiger in den News, die nennt sich HD Fury, vielleicht schon mal gehört. Nein. Nein? Nein. Ja, genau. Das Thema HDCP wollen wir jetzt nicht. HD Fury Y geschrieben, glaube ich, ne? Genau, genau. Das Thema HDCP blenden wir jetzt einfach mal hier aus. Aber viel wichtiger... Ich kriege demnächst die Anrufe. Viel wichtiger. Nein, es ist ja so, dass die Rechtsprechung hat ja jetzt noch nicht... Man kann ja noch in Berufung gehen, egal. Die werden immer teurer. jedenfalls diese Box, die wird unter anderem, bietet da ein sehr guter Freund und Kumpel, muss man sagen, in der Branche, der Florian Friedrich hat da eine spezielle App für entwickelt, dass ich also tatsächlich diese Fury Box benutzen kann, um HDR zu triggern. Das kann ich sowieso, aber auch für Dolby Vision und für andere Optionen. Das heißt also, das Ganze noch so aufgebohrt, dass ich relativ einfach, wenn ich zum Beispiel Calman auf dem Laptop habe, gehe ich raus mit Thunderbolt direkt in so eine kleine Box. Die sehen dann normalerweise so aus hier, so kleine Böchschen. Die haben auf der einen Seite das Thunderbolt-Eingang, auf der anderen ein wenig HDMI. Damit kann ich dann normal ans Display gehen und dann die Testbilder direkt zuspielen, direkt vor meinem Calman. Das ist ein virtueller Bildgenerator eigentlich mit drin. Total cool. Nur wenn ich jetzt halt keine Metadaten mitschicke, das ist halt genau das Problem, dann weiß das Display nicht, dass ich jetzt HDR-PQ messen möchte und anstelle von Gamma oder sowas. Und da kann ich jetzt zum Beispiel so eine HD-Fury-Box dazwischen schalten. Das heißt, ich gehe erst in diese HD-Fury und von dort wieder mit HDMI weiter und kann dann manuell quasi den HDR-Modus triggern. Das ist also sehr schön. Jetzt gerade in der Phase, wo man ein optimales Bild vielleicht haben möchte, aber man kann es halt nicht einstellen, ohne mit solchen extra Tools. Und da ist das halt ein sehr, sehr hilfreiches Tool, was wir da auch empfehlen und wo wir auch mit arbeiten. Dann werden wir auch mal vom Florian die E-Mail-Adresse, private Telefonnummer etc. einblenden. Facebook-Konto. Dann machen wir das auch mal. Dann freut er sich ja auch, wundert sich ein wenig vielleicht. Ja. Okay. Ich gucke mal oben auf die Uhr. Knappe Stunde, glaube ich schon. Junge, Junge, die Zeit rennt. War das eine Grobitasse eigentlich da gerade? Ja, das ist, ja, in der Tat. Ja, hervorragend. Sehr schön. Ich wusste doch, den Henkel kennst du. Sag mal, was kommt als nächstes ein? Was machst du den Rest des Jahres? Oh mein Gott. Momentan versuche ich zu überleben, weil wir in einigen, in einigen durch die Zusammenarbeit jetzt mit Spectre-Cal ist es so, dass ich direkt irgendwie 20 Länder auf der Hütte habe, die alle jetzt auf einmal sagen, wir wollen jetzt aber mehr mit Cal-Man machen. Was ist denn jetzt eigentlich Kalibrierung und was bringt das Ganze? Wir stellen also fest, dass es offensichtlich wieder ein Ruck mehr in Richtung besseres Bild geht. Das ist also ein sehr schöner Trend. Das muss man einfach generell für die gesamte Branche. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass, glaube ich, das Thema HDR plötzlich wieder eine Sensibilität geschaffen hat, weil die Leute gesagt haben, oh mein Gott, das ist wirklich so, wir machen jetzt, so hatte ich das, glaube ich, mit Roland ja auch besprochen, das ist so ein Riesenfass, was auf einmal aufgemacht wird. Da hat auch keiner wirklich mit gerechnet. Das heißt, diese Unsicherheiten, die da noch da sind, die kann man dadurch natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beruhigen die Leute, dass man sagt, hier, da gibt es Tools für, das kann man schön machen und deswegen ist einfach wahnsinnig viel, was da ansteht. Dann die ganzen Produktionen, was wir planen. Wir haben im Bereich Sport, haben wir ein paar Sachen am Start, wir sind im Bereich Musik, haben wir ein paar Sachen am Start, jetzt Independent Produktion. Wir planen eine Ambra-Serie, die mit Dolby Atmos Ton auf den Markt kommen wird demnächst. die hatten wir schon mal angekündigt, das weiß ich. Ja, ich wollte sagen, ich habe gerade irgendein Déjà-vu, habe ich jetzt gerade. Liegt aber tatsächlich daran, dass wir hingegangen sind und haben wirklich jede einzelne Tonspur nochmal komplett neu abgemischt. Wir haben uns da schon mal so am Telefon. Genau. Und war einfach ein megagigantischer Aufwand. Der ist jetzt aber eigentlich soweit abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt also ins Mastering und sind also jetzt bald in den nächsten, ich denke mal, zwei, drei, vier Wochen werden wir wahrscheinlich fertig sein, sind also dran, sowas fertig zu machen und haben noch andere Projekte, wo wir teilweise UHD schon machen mit Ultra-ID-Disks. Da arbeiten wir gerade dran. Wir arbeiten an normalen Blu-Ray-Disks, wir arbeiten an High-Res-Audio-Geschichten, wo nur Ton drauf ist, mit Atmos zum Beispiel oder mit 5.1, 7.1, dass man also hin und her schalten kann auch. Wie klingt das eigentlich? So und so und so und so. Alles das, was wir ursprünglich schon mal machen wollten, ist mittlerweile weit vorangeschritten. Halt uns auf dem Laufenden. Ja, ich... Wir sind ja schnell erreichbar, wie du gerade siehst. Genau. Und so gut kommen wir mal mit und erzählen mal ein bisschen, worauf wir uns freuen, damit dieser neue Fernseher auch wirklich leuchtet und gut klingt. Oh ja. Oh ja. Das ist natürlich schlecht. Genau. Und ich hoffe, dass jeder Hersteller, der jetzt irgendwie mal zuschauen sollte... Und der die Hälfte davon verstanden hat. Genau. Solle doch bitte noch einmal in sich gehen und die Excel-Tabelle nicht nur mit den Übersetzungen des OSD-Menüs, sondern vielleicht auch mit den Funktionen des OSD-Menüs sich beschäftigen und nochmal reingucken, dass vielleicht das Abschalten von HDR-Dynamik-Umfang aus dann am Ende doch vielleicht dann erst die Metadaten sendet, die das Display wiederum erwartet, für HDR ein. Dass das vielleicht dann doch einfach mal funktioniert, dass wir nicht drei Stunden vor dem Berg stehen, wie eine Kuh, wenn es blitzt, sondern einfach wirklich die Möglichkeit haben, schnell zum Ziel zu kommen, dass Frau Liesje Müller, die am Ende doch einfach nur, weiß ich nicht... Topmodel gut sehen möchte. Ja, oder Orange is the New Black in HDR-DX vielleicht als Beispiel, doch dann vielleicht in der Lage ist, das wirklich zu können. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. OTT ist viel einfacher eigentlich, by the way. Weil der weiß ja, was für ein Display dranhängt und sendet einfach... Deshalb dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn die Scheiben und die Player nicht mehr verkauft werden, weil man das nämlich mit einem simplen Knopfdruck und der Taste Netflix nämlich dann schon sehen kann. So ist das, genau. Vorausgesetzt, die Telekom spielt mit oder der Kabelanbieter oder so. Genau. Es muss einfach alles einfacher werden. Ich habe das hier erlebt und ich hatte das Video, die verschiedenen Sachen gesehen und ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das kann jetzt nicht wahr sein. So viel kann ich gar nicht trinken, um das auszuhalten. Das heißt schon was. Das heißt schon was. Wenn man gerade aus Las Vegas kommt, dann ist man ziemlich im Training. Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, Training ist ein gutes Wort. Wir müssen noch viel trainieren. Wir tun das natürlich auch. Das muss man jetzt einfach mal sagen, auch wenn Algenlob stinkt. Aber wir tun uns hier nun wirklich massiv mit dem Thema beschäftigen und davon sollen Sie natürlich auch was haben, wenn Sie bei uns im Laden stehen und mal gucken, was wir hier so alles können. Weil es ist ja im Hintergrund alles angeschlossen. Da leuchtet fleißig mein OLED und zeigt mir mein nettes Grobi-Logo. Das ist übrigens ein ganz spannendes Thema ja dieses Jahr. Das war ja auch sicherlich bei euch ein echtes Highlight auf der Veranstaltung. Das Thema OLED, weil dieser Monitor von Sony, von dem du da gesprochen hast, ist ja unter dem OLED-Monitor, dieser Referenz-Monitor. Exakt, ja. Und man muss sich ungefähr vorstellen, Kaum bezahlbar. Ja, unbezahlbar. Also ich meine, wie gesagt, 20, 25, glaube ich. 30.000 oder so. Es sind einfach Messgeräte. Es ist nicht einfach ein Display. Aber es ist auch, muss man sich vorstellen, das Ding ist so genau und präzise, schon wenn es vom Werk kommt. Das hat mit einem normalen Monitor einfach wirklich nichts mehr zu tun. Und zwei Drittel ungefähr aller HDR-Master sind quasi auf so einem Monitor gegradet. Ein Drittel ungefähr auf den Dolby-Monitor. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie sehr diese Monitore gefragt sind und wie schwierig es momentan ist. Tatsächlich, das ist kein Witz, für die Post-Production, wenn man selber eine hat, an so ein Ding mal dranzukommen, überhaupt erst mal einen Testlauf zu machen, bevor man sich überscheidet, einen zu kaufen. Das heißt also, es ist momentan auch für die, die damit arbeiten wollen, sehr schwierig, überhaupt die Hände an so ein Ding zu bekommen, weil die wirklich homopathisch momentan ausgeliefert werden. Das muss man auch mal so sehen. Okay, gut. Also homopathische Losgrößen haben wir bei unseren Fernsehern nicht. Die sind ab Lager lieferbar, kann man direkt mitnehmen. Wir packen sie auch mit ins Auto oder liefern sie auch vor die Haustür beziehungsweise auch ins Wohnzimmer und lassen sie nicht alleine, weil eins ist sicher, die heutigen Fernseher kriegen sie selten alleine noch zum Anschluss. Also das muss man auch klar sagen. Also eine Stunde bis anderthalb ist bei einem heutigen Fernseher schnell investiert, bis das Ding mal läuft und auch der Sendeliste so ist, wie sie sich das wurscht wählen und wünschen. Gnelle. So, Marcel, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben Glück gehabt. Deine Nachbarn haben alle noch gearbeitet, weil du sagtest, eventuell geht hier gleich die Internetverbindung weg. Wenn die alle nach Hause kommen, dann ist das auch ein bisschen dünn. Ich habe dich in Farbe, in 8K und 3D gesehen. Also hat super geklappt. Wow, ja, das ist gut. Dann müssen wir das direkt an Ang Lee schicken und sagen, guck mal, so macht man richtig. Wir können das auch, genau. Ja, genau. Alles klar. Sehr schön. Das war mir eine Ehre. Danke und ich würde sagen, wir sprechen uns dann wieder. Definitiv. Alles klar. Bis zum nächsten Mal wieder bei GRUBITV, unserem Heimkühnerkanal. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.